Hallo, ich bin Lena und in diesem Video geht es um das Parfum von Patrick Süßkind. Ich werde den Inhalt zusammenfassen und knapp auf die auftretenden Personen eingehen. Es wäre gut, wenn du das Buch schon gelesen hättest oder noch lesen würdest. Das Parfum, die Geschichte eines Mörders von Patrick Süßkind, erschien 1985 und hielt sich neun Jahre lang auf den Spiegel Bestsellerlisten. Die Handlung gliedert sich in vier Teile. Der erste Teil beginnt mit der Geburt des Protagonisten am 17. Juli 1738, am dreckigsten, stinkendsten Ort von Paris. Die Mutter, die bereits mehrere Tod- und Halbtotgeburten hinter sich und kein gesundes Kind erwartet hat, lässt das Neugeborene zwischen den Fischabfällen liegen, um es später in der Seine zu entsorgen. Indem das Kind schreit, lenkt es die Aufmerksamkeit der Passanten auf das Geschehen. Die Mutter wird einige Tage später als Kindsmörderin hingerichtet. Der Säugling wird von Amme zu Amme weitergereicht. Da er keinen Eigengeruch hat, ist er den Menschen unheimlich. Schließlich landet er, nach einem Umweg über die Kirche, wo er auf den Namen Jean-Baptiste Grenouille getauft wird, bei der Amme Madame Gaillard, die weder einen Geruchssinn noch Gefühle besitzt. Die anderen Waisenkinder dort versuchen mehrmals, Grenouille umzubringen, doch er überlebt die Mordanschläge. Während er aufwächst, wird deutlich, dass für ihn der Geruchssinn den Schlüssel zu seiner Umwelt darstellt. Im Alter von acht Jahren wird Grenouille von Madame Gaillard an den Gerber Grimald verkauft. Die Arbeit in der Gerberei ist so hart, dass die dort Arbeitenden... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause!